ASV Tagesupdate. Hier erfahrt ihr alles rund um den HSV. Der Hamburger SV reist mit einigen Veränderungen im Kader zum Auswärtsspiel gegen Eintracht Braunschweig. Wie die Mopo berichtet, ist Verteidiger Perrin zwar mit dem Team nach Braunschweig gereist, doch es steht noch nicht fest, ob er spielen kann. Perrin soll an leichten gesundheitlichen Problemen leiden, die seinen Einsatz infrage stellen. Ob er letztlich auf dem Platz stehen wird, dürfte sich wohl erst kurz vor Spielbeginn entscheiden. Eine erfreuliche Nachricht für den HSV-Fan ist jedoch die Rückkehr von Anzi Suhonen in den Profikader. Der finnische Mittelfeldspieler war zuletzt nicht Teil der Mannschaft. Trainer Steffen Baumgart zeigt damit Vertrauen in Suhonens Fortschritte und möchte ihm möglicherweise die Gelegenheit geben, wieder Spielpraxis im Profiteam zu sammeln. Aufgrund der Kadervorgaben für das Spiel in Braunschweig muss allerdings noch ein Feldspieler aus dem endgültigen Aufgebot gestrichen werden und auf die Tribüne ausweichen. Auch Ersatztorwart Tom Mikkel muss auf der Tribüne Platz nehmen. Wer der verbleibende Feldspieler ist, der nicht auf der Bank Platz nehmen kann, wird sich im Laufe des Spieltags herausstellen. Für den HSV geht es in Braunschweig um wichtige Punkte, die helfen sollen, sich weiterhin in der Spitzengruppe der Liga zu halten. Die Personalsituation bleibt allerdings angespannt und die endgültige Aufstellung könnte bis kurz vor Anpfiff noch Änderungen erfahren. Der Hamburger SV hat laut Bild erneut ein positives finanzielles Ergebnis erzielt und konnte ein Millionenplus verzeichnen. Dies ist eine erfreuliche Nachricht für den Traditionsverein, der in den vergangenen Jahren immer wieder mit finanziellen Herausforderungen zu kämpfen hatte. Das Plus in der Kasse unterstreicht die wirtschaftliche Stabilität und das konsequente Finanzmanagement, das der HSV in den letzten Jahren aufgebaut hat. Allerdings bleibt der diesjährige Überschuss hinter dem Ergebnis des Vorjahres zurück. Die exakten Zahlen wurden nicht veröffentlicht, doch im Vergleich zum letzten Jahr ist das aktuelle Plus geringer ausgefallen. In der Vorsaison hatte der HSV durch geschicktes wirtschaftliches Agieren und einige Verkäufe einen hohen Gewinn verzeichnen können. Ein Grund für das leicht reduzierte Plus könnte die intensive Investition in den Kader sein. Der HSV hat in dieser Saison gezielt in Spieler investiert, um das Ziel des Bundesliga-Aufstiegs zu erreichen, was sich auch im Etat niederschlägt. Auch andere laufende Kosten und mögliche geringere Einnahmen aus Transfers könnten hier eine Rolle gespielt haben. Für den HSV bleibt das positive Resultat dennoch ein wichtiges Signal. Das finanziell gesunde Umfeld stärkt die Basis für die kommenden Herausforderungen in der Liga und unterstreicht den langfristigen Plan des Vereins, nachhaltig und erfolgreich zu wirtschaften. Der Hamburger SV und der Flügelspieler Jean-Luc Dompet haben offenbar erste Gespräche über eine Vertragsverlängerung geführt. Laut BILD trafen sich die Verantwortlichen des HSV mit Dompet, um über eine mögliche Zukunft des 28-Jährigen in Hamburg zu sprechen. Eine Entscheidung steht noch aus, aber die Tendenz scheint positiv zu sein. Noch vor Weihnachten ist eine zweite Gesprächsrunde geplant, in der es möglicherweise schon zu einer endgültigen Einigung kommen könnte. Dompet, der seit 2022 beim HSV unter Vertrag steht, hat sich schnell als wichtiger Bestandteil der Mannschaft etabliert. Seine Schnelligkeit und Dribbelstärke machen ihn besonders wertvoll für das Spiel des HSV. Der Verein würde den französischen Offensivspieler daher gerne langfristig binden, insbesondere da er auch von anderen Klubs Interesse wecken könnte. Die mögliche Verlängerung wäre ein klares Zeichen, dass der HSV an einer stabilen Kaderstruktur arbeitet, um das Ziel, Bundesliga-Aufstieg voranzutreiben. Die Fans dürfen gespannt sein, ob Dompet sich tatsächlich für einen längeren Verbleib in Hamburg entscheidet und dem HSV weiterhin mit seiner Offensivkraft zur Verfügung steht. Eine Entscheidung könnte schon in den kommenden Wochen fallen, wenn beide Seiten bei den anstehenden Gesprächen zueinander finden. Das waren die Neuigkeiten für heute bis bald und nur der HSV.